R-E-W-R-N-S-I-D-O Ja, liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craftasy! Und meine Freunde, ich muss jetzt gar nicht so tun, als würde ich nicht wissen, was abgeht. Petit hat einen 14-Stunden-Stream gemacht. Ich habe den Stream nicht geguckt, aber ich weiß, dass sicherlich irgendwas passiert ist. Kevin hat es gerade auch schon angedeutet, der ist übrigens heute mit dabei. Der liebe Gamers Time, was geht? Ab, Dicca! Hallöchen! Alles klar! Nein! Ach, Junge, nein! Alter, nein! Ach, Mann! Weißt du, wie lange das dauert? Was soll das denn? Oh, mein Gott! Also, das Thema hat Händes, wenn du erklärt, ist irgendwie Glas gegen Obsidian zu tauchen. Toll, toll! Alter! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Alter, weißt du, wie lange das... Och, Mann! Junge, guck dir das mal! Hier steht sogar ein Schild. Ich dachte, ich könnte ein Heusner Anstrich bezahlen mit Ausrufezeichen Miete. Du n***er Hund! Guck dir das mal an, Alter! Junge! Ich muss dazu sagen, ich konnte auch nichts verteidigen oder so. Ich bin online gekommen und da war das schon alles so. Och, Dicca! Das dauert Jahre, bis ich das abgebaut habe, Mann! Sofort! Komm her! Komm her! Ich will... Diese kleine... Schrei den jetzt so zusammen, Alter! Komm! Wir gehen mal aufs NTS! Komm! Mir reicht's jetzt! Mir reicht's jetzt! Mir reicht's jetzt! Okay! Junge, 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 Junge! Leute, das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Aber in der Köln bedeutet das Krieg. Kevin, Petret! Warte, ganz ruhig. Petret! Ich bin voll müde. Petret! Ich bin voll müde. Es ist mir scheißegal, wie es dir geht. Spinnst du komplett! Ich werde dein Schwert, deinen dreckigen Bogen verbrenne ich jetzt auf der Stelle. Was? Ich verbrenne ihn jetzt vor deinen Augen. Komm runter, ich verbrenne ihn jetzt. Ich verbrenne ihn jetzt. Komm runter. Nein, wir müssen reden. Ich verbrenne ihn jetzt direkt, Petret. Nein, wir müssen reden. Kevin, guck hier. Kevin, komm her. Kevin, guck. Warte. Kevin, guck. Wir müssen reden. Hier, Kevin, schau, wie der Bogen heißt. Schau, wie der Bogen heißt. Schau. Wie heißt der? Ah, du hattest ihn echt, du Lügenzeichen-Miete. Du Lügner. Petret, komm her. Petret, ich verbrenne ihn jetzt vor deinen Augen, du kleiner Hund. Hier ist der Bogen. Du Lügner. Hier ist der Bogen, Petret. Zeig mir den. Ich will den. Was? Du kannst mich am Ar... Alter! Was stimmt nicht mit dir, du Geisteskranker? Warte, chill. Nein, Petret, nein! Nein, nein, das geht zu weit, das geht zu weit. Wie, das geht zu weit? Das geht deutlich zu weit, Alter. Guck, lies die Schilder, wie ein Mann. Ja, was für ein Mann, Junge. Wo ist der Bogen, den ich halte vorhanden habe? Ich habe den gerade verbrannt vor deinen Augen. Ich habe den gerade legit verbrannt. Hä? Junge, bist du verrückt? Nein, bist du verrückt? Petret, ich schwöre dir, ich habe nie ganz genau gesagt, was für mich in Ordnung ist, was du machen darfst. Und du rastest so aus, weißt du, wie lange ich daran farmen muss? Weißt du, wie unendlich lange das dauert, Alter? Was musst du farmen? Ja, das ganze Obsidian wegmachen. Ja, und mach doch weg. Junge, Petret, mach doch weg. Fang du mal lieber anders weg. Digga, Petret, du weißt, das bedeutet jetzt Krieg, ne? Herr News Time, Herr News Time, Herr News Time, mach dich drauf gefasst, jeden Tag eine Minecraft News, wie ich Petret oder seine Zuschauer anschreie. Herr News Time, mach dich drauf gefasst. Ich schwöre, Petret, du kleiner... Fuck mich nicht ab, fuck mich ab, Petret. Fuck mich nicht ab, fuck mich bloß nicht ab, Petret. Oh, Gott, Gott. Petret. Doch, er hat MLG geschafft, sogar. Ich f*** deine Geburttriebe. Mit mir f***st du gerade, Digga? Mit mir f***st du, Digga? Petret, du bist... Ey, benimm dich mal, ja? Ich nehm das hier gerade auf, mein Freund. Ich hab keinen Bock, alles rauszuprobst. Nein, Mann! Du machst mir schon genug Kummer mit deinen f***ing Pranks hier, Alter. Digga, noch eine Bewegung. Ich mach da dein Zement, Digga, zu Obsidian, Alter. Petret, hör mal auf jetzt, Mann, du Geisteskranker. Was ist denn mit dir? Neues Herbstmotto. Petret, sag mir, warum hast du das gemacht? Sag mir, warum? Du hast meinen Bogen genommen. Ja, und ich hab ihn gerade vor deinen Augen verbrannt. Ja, genau, das hast du verdient. Du hast verdient, dass du deine ganzen F***er... Aber du wusstest doch gar nicht, dass ich deinen sch***en Bogen überhaupt verbrenne. Ich wollte dir eigentlich... Ich wollte dir heute in der Folge... Ja, 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 ja. Petret, ich schwör, Petret, ich wollte dir heute in der Folge... Halt's mal! Ey, ich... Nein! Petret, ich wollte dir heute in der Folge wiedergeben. Ich wollte dir heute wiedergeben. Endgültig Frieden schließen, aber du machst immer so eine... Sag mir, warum... Was ist das denn? Was ist das denn dann? Du hast den Projekt auch ganz im Mist gebaut. Ich habe einmal Mist gebaut. Das wird mir jetzt die ganze Zeit vorgehalten, oder was? Nein, wird es nicht. Du hast Bogen verbrannt auch. Du hast Bogen verbrannt auch. Satzbau, die sind nicht gut. Petret. Scheiß mal, mein Satzbau. Hä? Petret, Petret. Hey, entspann dich doch mal. Nein, Petret, das geht einfach zu weit, Junge. Ich habe keinen Bock, jedes Mal in mein Haus zu kommen. Ich habe nur das Insektfolgen, habe ich das erwähnt. Dass ich immer in mein Haus komme und immer ist was kaputt. Und ihr findet das immer lustig. Ja, ist es auch. Ja, warum? Was hast du verdient? Dann hör auf, Sachen zu klauen. Junge, ich habe den Bogen von Basti zurückbekommen. Ich wollte ihn dir übergeben als ehrenwerter Nachbar. Du bist ein toter Mann. Du bist ein toter Mann, Petret. Du bist ein toter Mann. Ich sag's dir jetzt und hier. Ich rufe jetzt den heiligen Krieg aus, Petret. Was für heiligen Krieg, Digga? Welchem Jahrhundert lebst du, Alter? Petret, ich lebe im Jahrhundert der Kreuzzüge. Jetzt gibt es Krieg, mein Freund. Jetzt gibt es Krieg. Ich werde deine chinesische Festung da oben überrennen, Petret. Ich werde meine chinesische Festung da. Petret, ich habe Verbündete auf meiner Seite. Ich habe Early Boy und Kevin bei mir stehen. Ich werde mir mehr Leute suchen, die sich gegen dich verbünden, Petret. Hör auf, Mann! Petret, ich schwöre, wenn du mich tötest, wenn du mich tötest, Alter. Wenn ich jetzt sterbe wegen dir, du kleiner H***, so, ne? Alles klar, Petret. Du bist einfach allein nicht schlummen. Ey, ey, ey. Okay, Petret, okay. Ich gehe jetzt hoch und spreng dein Haus. Petret, Petret, ich spreng jetzt dein Haus. Ich spreng jetzt dein Haus. Ich spreng jetzt dein Haus. Hol mir die Sachen wieder. Hol mal die Sachen wieder, Kevin. Okay, wenn du jetzt sprengst, Digga. Was? Ey, ich brauche einen Eimer. Ich brauche einen Eimer. Ich brauche die Sachen wieder. Kevin, ich muss dir meine Sachen wiederholen. Warte, ich gebe dir einen Eimer. Hier, warte. Hier, Wassereimer. Okay, ich hole Feuerzeug. Wenn du irgendwas... Ey, Petret, wenn du jetzt meine Sachen verbrennst, dann ist es unerrehaftes Todes, Alter. Wenn du alles von mir verbrennst, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. So, wo ist mein Feuer? Okay, Petret, du bist es selber schuld. Du bist es selber schuld. Jetzt, Petret, ich rufe den Krieg aus. Ich meine das ernst. Was für ein Krieg, Alter? Petret, nein, Junge, ich habe hier absolut... Du bist das, Mann, Digga, Mann! Du dummer... Ich hasse deine... Ich hasse deine... Ich will, dass deine ganze Familie... du H*** lohnen. Halt deine Fresse, Mann! Halt deine Fresse! Halt deine Fresse, Petret! Junge, so eine Missgestalt, Alter! Diese kleine Missgeburt. Diese Ausgeburt der dreckigen Hölle. Dieser kleine H***, so ein Alter. Halt deine Fresse bloß, Junge. Halt deine Fresse, Petret. Ey, Leute, ganz ehrlich, mir reicht es jetzt, Alter. Mir reicht es jetzt wirklich. Ich sage die ganze Zeit, ich will chillen. Ich sage es die ganze Zeit. Und immer wieder macht Petret irgendeine Kacke. Und ich sehe es nicht mehr ein, das die ganze Zeit zu tolerieren, Leute. Ich habe da legit keinen Bock mehr drauf. Ich habe da legit keinen Bock mehr drauf. Ich meine das ernst, Leute. Ich finde das geht zu weit. Ich finde das geht deutlich zu weit. Es geht deutlich zu weit. Ich habe keinen Bock mehr. Soll von mir das, Herr Newstime, Mr. Trashback, sollen alle darüber berichten. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich sehe das überhaupt nicht mehr ein. Ich sehe das gar nicht mehr ein. Warum macht er das die ganze Zeit? Wieso? Nur damit ich mich aufrege. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. So eine kleine Missgestalt. Ich habe das genau gesagt. Genauso wie er es gesagt hat. Okay, Petret. Hallo. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Du wirst jetzt sehen. Wie du wirst jetzt sehen? Ich habe TNT, Digga. Ich habe den ganzen Stream gefahren, ne? Petret, ich habe auch TNT. Ich habe genug. Ja, aber nicht so viel wie ich. Okay, wie viel hast du? Sag mir. Digga, du wirst es nicht wissen. Ich war drei, vier Stunden in der Wüste mit Looting 3, Digga. Okay, Petret, sag mir, wie viel TNT du hast. Zwei Stacks. Ja, super. Ich habe vier. Was willst du von mir? Ja, und? Das macht die gleiche Explosionskraft. Du brauchst ja nicht mehr als zwei Stacks, um mein Haus zu sprengen. Petret, ich habe jetzt das Recht, bei dir was kaputt zu machen. Nein, hast du nicht. Wenn du was kaputt machst, Digga, dann werde ich dein ganzes Haus sprengen. Dein Grundstück wird auch Folge 1 wieder sein. Warum machst du das immer wieder, Alter? Geh doch wem anders auf den Nerv. Was? Petret, wir sind schon sowas von längst quitt, Alter. Was für quitt, hä? Kevin, Zugriff, komm. Kevin, was? Ich bin hier gerade oben. Okay, also soll ich das auf sie dann nicht weiter abbauen? Nein, 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 wir greifen jetzt zu. Wir greifen jetzt zu. Digga, was für... Du, du, Germans zu zweit. Ja, was, Germans zu zweit, Petret? Ich suche mir Verbündete, Alter, wenn ich gegen so ein Wahnsinniger auf einem Berg kämpfen muss, Alter. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Petret, ich habe von Anfang an gesagt, lass uns chillen. Ich habe dir alles angeboten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du aufs Maul bekommst. Jetzt ist es an der Zeit, Petret. Wenn du sprengst, dann bin ich schon mal bei deinem Helikopter, Digga. Und dann platziere ich schon mal das erste TNT dahin. Petret, wenn du jetzt irgendwas mit mir kaputt machst, ich sage es dir. Spreng, ich sehe dich. Guck mal, du kommst da unten, Digga, weil du weißt, mein Freund, Digga. Revi, komm her. Uuuuh, danke, Revi. Nein, uuuuh, danke. Okay, Kevin, komm, Kevin, komm. Petret, du kassierst jetzt. Du weißt, was du jetzt kassierst, ne? Nee, ich weiß, dass du jetzt mal mein TNT platziere. Petret, wenn du jetzt hier irgendwas sprengst, Alter, du kleine Missgestalt, ne? AAAAAAHHHHH! AAAAAH! 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 Gott! Meine ganzen Level. Ja, scheiße, warum? Die Level, Digga, Digga, ich höre ich mir eine Geburt, Digga. Ich kann ich denn gar nichts mehr machen. EHAHAHAHAHAHAHAH! Erstmal verhobe. So, Petret! Und so. Nee, du bitte nicht. Nein, 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 nein. Du schuppst deinen Sch***, Bruder! Petret, es ist vorbei, es ist vorbei. Petrit, es ist vorbei. Petrit, es ist vorbei. Herr Newstern darf berichten immer weiter, Petrit. Jetzt ist es mir egal. Petrit, wir sind Frontstory auf jeder. Promi-Flash wird über uns berichten, Petrit. Jetzt ist es vorbei, jetzt bist du mein Sklave. Ich bin jetzt eine Mutter, Alter. Oh doch, Petrit, und wie du meine Mutter jetzt bist. Du bist eine dreckige Scharmutter, bist du jetzt für mich, Alter. Petrit, ich werde dich benutzen, wie ein dreckiges Loch werde ich dich benutzen. Korrekt, danke für das TNT auch noch an dieser Stelle, Petrit. Petrit, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Du weißt, Petrit, du wirst nicht froh, du wirst nicht froh jetzt, du wirst nicht froh. Digga, wenn du mir die Sachen nicht gibst, ne? Ich schwöre, ich fahre mir heute den ganzen Tag nur TNT, wie ein Wahnsinniger. Was, Petrit, Petrit, warte, warte, warte. Auf der Gerechtigkeitsskala liegst du sowas von hinten, Digga. Du bist so ein dreckiger Hund, wenn du jetzt noch irgendwas bei mir machst, Petrit. Warum soll die die jetzt die... Petrit, du bist jede... Ich mach Leute auch schon spontan, 4 und 2 Stunden, ich mach jetzt nur TNT-Farmen. Ja, Köte mich, ich werde nur TNT-Farmen. Ich werde... Köte mich, mach weiter! Ich werde die ganze Zeit Early Boy, Kevin und Early Boy... Kevin und Early Boy sind die ganze Zeit hier und werden für mich farmen, die werden dich die ganze Zeit abfarmen, Petrit. Ja, aber ich werde Blackspin machen und dann erst mal Arsch der Welt sein. Ist egal, ist egal, Petrit. Das schaffen die nicht. Ich beauftrag' Wenikraft, der kriegt 105-500 Euro Donation dafür, Alter. Ja, Wenikraft, der... der kommt nicht. Der hat Sonntag, der hat Freierabend. Ah, wenn Donation gibt, dann kommt der. Petrit, Petrit... Ja, okay, ich hole meine OP-Rüstung erst mal. Boah ey, stimmt, ich hab ja nur meine Rüstung, Leute! Chat! Petrit, Petrit, pass auf. Ich sag dir... Ist mir egal. Ja, was? Sag, rede! Nutz deinen Mund, komm! Ich sag dir jetzt eine Sache, okay? Wir finden eine Lösung, du baust hier alles ab, du kriegst deine Sachen wieder. Letztes, allerletztes Mal, Petrit. Okay, okay, Rewe. Allerletztes Mal! Allerletztes Mal! Ich schwöre dir. Ich sage es dir jetzt im Guten, Petrit. Ich sage es dir jetzt im Guten als realer Freund, ja? Ja, als realer Freund. Solltest du mich jetzt noch ein einziges Mal hintergehen, Petrit? Ich hetze alles auf dich, was ich kann, Petrit. Du unterschätzt mich, du unterschätzt mich. Ich unterschätze dich? Mhm. Glaubst du echt, ich unterschätze dich? Petrit, ich geh fullend persönlich. Ich leg deine Adresse, alles. Ist mir egal. Wegen Minecraft, wegen Minecraft. Guck mal, Rewe. Was bin ich für ein Freund? Schlechter, schlechter. Das wird ein langer Newsbericht für Herr Newstam, ey. Wie soll Herr Newstam darüber berichten, Petrit? Was bin ich für ein Freund, wenn ich dein hart erarbeitetes, schwarzes Glas, ne? Mit Obsidian exchangee und das Glas natürlich kaputt mache. Schlechter Freund. Bin ich ein schlechter Freund? Ja, definitiv. Okay, Moment. So. Aber, das Problem ist. Aber? Ich könnte ja wieder alles vielleicht gerade biegen. Dann mach das, Petrit, dann mach das. Guck mal zu, guck mal zu. Was? Guck, Rewe. Rewe, guck. Ja. Was ich in der Hand habe. Ich hab gefarmt. Okay, dann mach. Nein, druckt Rewe gar nicht. Das juckt ihn einfach nicht. Petrit, pass auf. Gib mir doch die Spitzhacke, damit ich schnell abbauen kann. Ich geb dir jetzt deine Sachen ein, Petrit. Wirklich, dieser Moment ist jetzt heilig, okay? Ich geb dir jetzt diese Sachen ein allerletztes Mal wieder. Vertrau mir jetzt, okay, Petrit? Ja. Ich geb dir diese Sachen wieder im Vertrauen. Allerletztes Mal. Allerletztes Mal, Petrit. Und dann. Dann hab ich nicht nur einen bei dir gut, Petrit. Dann darf ich dein Haus in die Luft jagen. Und ich feste dich auf dem Stuhl dabei. Und du guckst zu. Und du wirst heulen, okay? Okay. Du weißt, dass du Scheiße gebaut hast mal wieder, Petrit. Es geht. Du hast auch Scheiße gebaut. Ich hab Scheiße gebaut, aber wir sind gerade bei einem 70-30-Verhältnis. Weißt du, was ich meine? 80-20, Petrit. Ja, 60-40. Petrit. Ey! Ey! Petrit. Pass auf, pass auf, Petrit. Letztes Mal. Ja. Die Leute werden denken, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich hab deine Schuhe, by the way nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Keine Ahnung, die sind unten irgendwo. Petrit. Allerletztes Mal. F*** bitte nicht mehr mit mir, okay? Hör einfach auf, Petrit. Hör einfach auf. Aber wenn du mal Faxen machst, ne? Was für Faxen? Petrit. Petrit. Bitte. Zähl mir auf, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Außer diese blöde Brücke und deine Hühnerkanone. Eine Hühnerkanone. Zehn Hühner in deinem Haus. Was machst du? Petrit, das ist ungefähr so. Ich geh hin, bediene mich bei dir. Weiß ich nicht. Du hast Karneval. Hast du Süßigkeiten bekommen, ja? Und ich geh hin und ess dein Popcorn auf. Was machst du? Stichst mir dafür die Reifen auf und schneidst mir die Bremsleitung durch. Das ist ungefähr das Verhältnis, in dem wir gerade reden, Petrit. Es ist aus der Kontrolle geraten. Du hast dich... Petrit. Ich weiß, du warst lange wach und so weiter und so fort. Ich sag's dir, Petrit. Das ist deine letzte Chance. Sonst gibt es... Sonst gibt es Krieg, Petrit. Es gibt Krieg. Was für ein Krieg? Muss mich denn da ein... Petrit, ich ruf den Heiligen Kreuzzug aus. Ich mach alles. Ich buddel den Heiligen Graal aus und beschwör Kreuzritter und zerstör alles von dir, Petrit. Es gibt Krieg, Petrit. Es gibt Krieg. Wir machen das... Wir machen das Crusader-like. Ich baue Kanonen und alles, Petrit. Crusader... Wann, mein Minecraft ist abgestürzt. Ja, geil, Leute. Ich würd sagen, das war's für diese wunderschöne Folge. Jetzt gehört Petrit. Letzte Chance. Subt alle bei mir bei Twitch rein. Schaut mal per Stream vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.